Und mit deinem Bruder? Was ist da eigentlich los? Wohnt der jetzt bei dir? Das ist alles nur temporär. Der braucht mal ne kleine Auszeit. Ich hab kein Problem. Alpha hat Geld veruntreut. Alles verspielt. Fuck. Ich hab das unter Kontrolle. Dein Bruder ist süchtig und er zieht einfach alle Register. Du verlässt dieses Grundstück nur noch in Begleitung. Außer du gehst zu deiner Suchtberatung, hast du mich verstanden? Ich bin nicht süchtig, okay? Alpha, du bist spielsüchtig. Da ist nichts dran! Alpha! 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 Wir